so zweiter lipo t-rex 600 esp ja und energie halten uns gar nicht lange auf man merkte ab und frisch schnell immer locker bleiben heimann immer locker bleiben was für einen flugboot habe ich überhaupt ich bin der meinung ich habe den ersten normal nicht 1 1 habe ich ja noch ein bisschen eckig geflogen kommt noch wird besser und locker am hocker bleiben hier so das dürfen jetzt 21 sein schätze ich mal der träger will ich hierher zu mir alter schwede ja Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020